Es war ein schöner Montagmorgen die Vögel flogen mit Durchfallturbinen durch die Luft und die Schule fängt zur zweiten Stunde an. Ich ging raus und ging zur Schule als ob es ein ganz normaler Tag wäre als ich bei der Schule ankam sah ich dass keiner da ist. Ich holte mein Handy raus und machte WhatsApp an und schrieb den Nigga aus meiner Klasse an. Er sagte wir haben frei ich wurde so wütend ich stellte mein Handy auf Vibration und rufte mich selber an damit es die ganze Zeit vibriert danach steckte ich es in meinen Arsch aber ich habe vergessen dabei nur Collider Tool zu benutzen und deshalb flog ich in die Luft wie ein Gestörter der plötzlicherweise Max heißt.